Bitte klatschen, ganz fest. Die Kirche ist ein schönes Kind, schönes Kind, schönes Kind. Die Kirche ist ein schönes Kind, schönes Kind. Die Kirche ist ein schönes Kind, schönes Kind, so ein Röppchen im Licht, ja in A, ja in A, ja in A, so ein Röppchen im Licht, ja in A, ja in A, da kam die böse Fee herein, da kam die böse Fee herein und rief ihr zu. Dann Röppchen schlacht für hundert Jahre, hundert Jahre, hundert Jahre, dann Röppchen schlacht für hundert Jahre, ein Limmel und eine Hecke riesengroß, riesengroß, riesengroß und eine Hecke riesengroß und gab das Schloss. Da kam ein junger Königssohn, 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 da kam ein junger Königssohn und sprach zu dir. So ein Röppchen holt ins Nächtelein, 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 mein Röppchen holt ins Nächtelein und wachst du auf. So ein Röppchen wachst du wieder auf, wieder auf, wieder auf, mein Röppchen macht der Königssohn zur Königin. Sie feierten ein großes Fest, großes Fest, großes Fest, sie feierten ein großes Fest, das Hochzeitstest. Und alle wollten herzlich sich, herzlich sich, herzlich sich, herzlich sich, es freut sich sich, auch herzlich mit das ganze Land. Ja! Damit sind wir am Ende angelangt. Danke für das Zusehen und allen auf Wiedersehen.